ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play ja, Rome to the World 2 mit den Römern. Wir haben jetzt ein großes Problem in Nicomedia ähm ja aber das, das, ich weiß nicht, wie soll ich das spielen es sind halt sechstausende ach komm, ich spiele das ähm, damit man das, äh also äh, damit man dann mal die große Streitmacht von dem sieht ja ich produziere gerade vor und ähm genau, das sag ich ja eigentlich jede Runde äh, und das geile ist, äh, mein Monitor ist jetzt kaputt und, also ich hatte davor zwei einen, äh, richtig alten und einen, den ich mir vor ein halben Jahr äh, gekauft hat und der vor ein halben Jahr ist, ähm, kaputt gegangen der hat 300 Euro gekostet, juhu ähm, ja ich, also da muss eigentlich noch, äh, Garantie drauf sein, aber trotzdem, das ist äh, sehr ärgerlich, das heißt, äh, ich kann überhaupt nicht sehen ähm, ich kann gar nicht sehen, ob, äh, der jetzt aufnimmt also ich hoffe mal, dass er aufnimmt ähm, müsste eigentlich schon und ich kann auch nicht sehen, ähm, ja, ob der ruckelt oder was der macht und das ist halt schon sehr nervig ähm das ist auch alles so, ja achso super ähm den da tue ich mal also das blöde hier ist, dass, ähm, es keine wirkliche Verteidigungs äh, Stelle gibt die, also die, die sehr gut zu verteidigen wäre wie so, so ein zweiter wie so ein zweiter, ähm ja, zweiter Wall hier in der Mitte dann würde ich mich ja, äh, äh, da einbuxieren aber das geht nicht ähm ich glaube, ich lasse den mal durch also ich, ich glaube, ich, ich lasse den hier auf die Mauer und schieße ihn dann von unten nach oben ab ich glaube, das ist ja gerade die bessere Idee da meldet sich Steam so die sind mal hier so, gut genau, die sollen jetzt, äh, hier landen das nähert sich halt nicht unterstehen ja, von hinten, genau und von da äh, explodieren bitte und, äh, brand so wow das war ja nicht mal annähernd irgendwas Steppensperrkämpfer junge Äxte Obliegen ähm, das Problem hierbei ist jetzt, ähm ähm dass ich oh dass ich irgendwie die Stadt dann, äh, wieder ähm einnehmen muss wenn da 6.000, äh Einheiten drin sind ja dann wird's schwer Apropos fände ich's lustig dass er 3 fette Armeen, ähm äh, haben darf und, äh, ich also, man selbst darf ja mindestens, äh ne, maximal 40 Einheiten und der hat jetzt, äh, 6.000, also da hat sich gerade mein Handy vibriert gemeldet vibriert gemeldet ich mache ein bisschen vor mal schauen ob wir so lange aushalten bis, äh, die da hinten hier vorne sind die gehen ganz normal, ne ja alter warte, die hä hier ja ne hab ich dir nicht gesagt, dass das lief so da, äh, ähm schieß ich jetzt mal schneller äh, weil der wird ja, äh, beschossen und, äh, das ist nur ne Frage der Zeit, bis der, äh, anfängt zu wanken so, äh, ja verdammt und das, das war zu hoch unsere Männer fliehen von ja genau das ist ein schlechtes Mal warte, dann, äh, mache ich den mal schnell weiter und zwar hier rein ja, das war zu tief ja gut der ist auch gut der ist auch gut der ist auch gut äh, so schnell kann man, äh, schießen wenn man, äh, mitten beim Schuss, äh, nochmal, äh, rechtsklick macht und dann, ne, linksklick, entschuldigung, linksklick und, äh, äh, dann rechtsklick zum zoomen aber das, das steht ja unten rechts entschuldigung ich kipp hier zum Malen nicht mehr meine unsere Eigenheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht oh ja da kommt schon Besuch und zwar richtig tolle der General, komm ich jetzt mal hier hin und jetzt, äh, volle Kanne in den Rücken, in die Seite und zwar volle Kanne, bitte ja, sehr schön unser General wird angegriffen wie ja, jetzt mal alle nach vorne die Männer wanken dann, äh, sollen die mal werfen die Jensen eine unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht hä? ja, wieso konnte ich da gerade nicht angreifen höchst, äh, bedauerlich höchst bedauerlich eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht verdammt ist nicht gut warte, die, die gehen eigentlich alle nach da, ne dann, kann der auch hier hingehen hä? was war das denn? hehehehe mal schauen, ob der so jetzt wirklich geht ok ja, das ist schon mal gut, dass der wankt jetzt bekommt der, äh, Verstärkung, aber ich auch das ist, äh, das ist gut, dass, äh, die alle hier alle ihre Munition hier, äh, verschwenden wollen oder nicht wollen, sondern tun lasst euch ja nicht aufhalten, ne? lasst euch nicht aufhalten lasst euch nicht aufhalten lasst euch nicht aufhalten so, und jetzt, äh, bitte volle Kanne in den Rücken feuern nein, nicht hingehen nein, 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 aus nein wo ist eure Disziplin hier? ja so so genau, und jetzt feuer jetzt könnten könnt ihr feiern, oder? ja so, war, das war eine Salve ja wir kommen hier hin bitte nochmal sehr schön welche ich halte, äh, also die, 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 die schießen halt immer noch drauf eigentlich müssen dann viel mehr Steine, äh, liegen das ist lustig der letzte Scharf zahl die Other Letzte gesamte Munition Pilar Prozent Munition Klingster Wumster der hat auch nicht mehr viel der ist müde den kann ich ja dann gleich mal austauschen Warte und zwar ich gehe mal in Position dann Angriff und zurück einer ist gestorben zwei nur zwei sind gestorben das war ein guter Tausch Super diese können die werfen oh Gott I'm such an idiot ich hab das voll vergessen so jetzt könnte ich sogar mal versuchen hier zu so zu pushen ich gehe jetzt mal mit allen dahin weil der scheint wirklich nur hier hin zu kommen Männer fliehen vor der Schlacht das ist ein schädlicher wirfst du auch? schon oder? such deine Ziele werfen bitte benutzt eure Pilar schau die benutzen ihre Pilar und ihr nicht oder was? also Atem ja feuert ich sehe nichts das er feuert aktiv die kommen jetzt auch mit die WM die Liederser sind echt zu um und auf ziemlich cool und jeder in der Sendung weil da ist es sind halt kaum also klar ab geht es in Hilfe und morgen geschießt nicht hier kommen oh jetzt rückwärts Prozent ich hoffe sehr rückwärts in der Aufnahme nicht so aber wahrscheinlich schon eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition Alter jetzt ist es ein bisschen zu viel fehlen für mich leid Entschuldigung oh je gut äh mal wieder schneller wechseln der 490 ah ja 6.000 Einheiten sind zu viel fehlen obwohl ich schon ziemlich viel gekriegt habe so 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 da werde ich nicht mehr viel zu sagen haben hä? hä? was war das denn jetzt? was war das denn jetzt? was war das denn jetzt? da kommt die Paterie blüft euch nein immer soll zusammen gehen nein jetzt jetzt geht er auch noch da verdammt so so schneider bitte wir brauchen euch hier wir wie es halt aussieht Alter wenn wenn Alter oh Gott ja jetzt äh jetzt schießen die oder? komm werfen bitte ihr habt noch ihr habt noch fast volle Dinge naja das da ist jetzt gehört jetzt den unseren unseren Gegner ah das ist gut das ist sehr gut ja so geht das ne ihr könntet auch mal schießen dann kann das sich eigentlich so weit drehen nicht oder? und sogar Feinde haben einen Tor verdammt egal dann Alter wie es ruckelt ist okay zwei von drei Generälen haben wir schon das äh geht da zum nächsten Turm auf jeden Fall wir haben hier ziemlich viel Alter schaut euch das an wie so so ein Ameisenhaufen wenn ich jetzt noch äh hier hinten oder so äh eine zweite Verteidigungsmauer hätte dann könnte ich mit einem Katapult hier hier so reinschießen wie viele das sind mit einer so äh drei Phalanse oder so und äh ich hatte kein Problem aber naja ah wie lange die aushalten ist halt ist halt wirklich heftig der schießt oder? ne gut ich bin gerade aus der aus der Reichweite na ja Schnetzel Schnetzel ja ja einheit klar wir sind sehr müde außer Atem ja so langsam ja aber äh sie haben sich extrem gut gewährt also extrem extrem ich meine die Banken jetzt auch das ist also es läuft sehr viel besser als ich dachte ich hoffe nur dass ich hoffe nur dass ähm ja dass die Hoffnung der Verhältnisse jetzt kann ich es halt nicht überprüfen ha und ganz ehrlich warum können die dieses blöde Ding nicht drehen und äh reinschießen so 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 kack na erschöpft 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 sehr müde müde ja 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 der übernimmt gerade den Hauptpunkt wir haben einen Siegpunkt verloren mhm genau und jetzt äh genau ähm ähm muss ich innerhalb von äh zwei Minuten den wieder einnehmen sonst habe ich verloren aber ich habe auch so verloren dann nochmal letzter letzter Aufstand ein hinterher lebt halt dann noch immer noch es wird richtig heftig ohne Biene da haben damals haben wir schon sich um die Bienen geht mal eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munizierung warte dieser hier ja ja das ist jetzt gut dass der Turm nicht mehr hier drauf schießt sondern wirklich äh hier unterstützt Maaf in der Welt jetzt auch über Gerne der hat sie überhaupt bekommen hohohohoho das heißt er ist sehr viel getötet ja noch 40 Sekunden und sich die Konferenz das ist ein Schicksal halt im Mund das ist ja alles andere als schließlich hier sehr gut sehr sehr gute eine gesamte Einheit er schauten die Idee bleiben bis zum bis zum Schluss dabei bis zum bitteren Ende aber jetzt wanken die auch wo ach so das vor ja das da genau 1 0 genau jetzt habe ich verloren aufgestellt 800 verloren 300 2 5 3 8 3 4 aber der 2000 verloren und 600 getötet also alles in allen sehr gut sehr sehr gut man muss sagen er hat sich sehr dämlich angestellt also er ist ja komplett er seine ganze Armee ist in ein Nadelöhr reingegangen aber es überrascht mich dass so wenige wirklich gestorben sind weil normalerweise sterben die fliehenden dann auch durch die türme aber wahrscheinlich waren da so viele das ja das ist nicht geklappt hat sagen wir so das ist gut dass er sich jetzt aufteilt weil 6000 hier drin also in der stadt da hätte ich auch drei armeen gebraucht das war gerade mein wecker ach du jetzt auch noch aber das schaffe ich oder ja ne die sind nicht ganz so gut aufgestellt gut auf jeden fall danke fürs zuschauen ich hoffe dass die aufnahme gut ist dass sie nicht ruckelt und also ich werde jetzt noch mal nachschauen ob alles gut gelaufen ist wenn nicht dann muss ich halt alles noch mal spielen ja ich hoffe ihr habt eine wunderbare zeit und bis zum nächsten mal bei 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 Sie müssen bestraft werden! Angriff! Angriff zu dieser! Höchst die Elefanten! Höchst die Elefanten! Höchst die Erre! Höchst die Erre! Lösch die Erre! Höchst die Erre! Geh! Geh! Feuer! Amen. Amen.